Herr Staatssekretär, Herr Präsident, Frau Dekanin, Herr Dekan, verehrte Gäste, Herr Kandler-Schöck, es ist für die Stadt Fürth, für Horst Müller, mich, Herrn Bürgermeister Braun und die vielen Stadträte eine besondere Freude, dass neben den vielen Technikeinrichtungen, die wir haben, jetzt auch sozusagen die Geisteswissenschaften massiv Fuß fassen hier in der Uferstadt. Das ist, glaube ich, das ganz entscheidend Neue. Aber es schmälert natürlich auch nicht die Bedeutung des weiteren Ausbaus der technischen Einrichtungen. Frau Professor Merklein, denn die Stadt Fürth ist natürlich hoch erfreut und begeistert über beide Füße. Denn eine Universität, die eben Uni-Universität sein will, die hat eben beide Bereiche gleichermaßen abzudecken. Und die Wissenschaftsstadt Fürth heißt ja auch nicht Materialforschungsstadt oder technische Wissenschaftsstadt, sondern Wissenschaft insgesamt und dazu können natürlich die Geisteswissenschaften auch von unserer eigenen Geschichte her in besonderem Maße. Wir sind sehr froh, dass Fürth hier bei all den Entwicklungen immer weiter berücksichtigt wurde. Und ich will es auch kurz machen. Zu dem Dank gehört natürlich auch der Wunsch und den möchte ich eben diesen Rahmen nutzen, dass diese Entwicklung weitergeht. Wir haben ja die großen Diskussionen der Wissenschaftsmeile. Das will ich gar nicht vertiefen. Aber eins möchte ich schon zum Ausdruck bringen, dass Fürth sich weiter intensiv bemühen wird, dass es hier Wachstum gibt, dass die kleinen Pflänzchen, die ja jetzt schon stattliche Größe in einigen Bereichen, wir kommen dann weiter wachsen können. Und wir sind ein gemeinsamer Ballungsraum. Und die Stadt Fürth ist die zweitgrößte Stadt dieses Ballungsraums. Und wenn wir mal anschauen, die deutschen Großstädte oder nehmen wir mal nur die bayerischen. Da bin ich sicher, es wird keine Großstadt geben mit einer niedrigeren Studentendichte als Fürth. Das wohnen relativ viele. Das ist zwar schön und nett, aber das entbindet die Universität nicht auch und den Freistaat Bayern nicht dafür zu sorgen bei Gleichheit der Lebensverhältnisse. Das führt hier auch. Wir haben im Augenblick sozusagen Lehrstuhleinheiten oder Unterrichtseinheiten für genau 40 Studenten. Wenn ich erlangen sehe, wie viele Zehntausende sind es da? Wie viele in anderen Städten mit 30, 40 Tausend Einwohnern in Bayern, die haben Tausende von Studenten. Fürth genau 40. Ich glaube, die Zahl ist ausbaufähig. Wenn da mal zwei Nuller noch dranhängen, dann werden Sie hier Zufriedenheit sehen können. Das ist jetzt keine gegriffene Zahl, aber nur, man muss deutlich machen, wenn wir von Fürth aus Forderungen erstellen, wenn wir gerade im Augenblick als deutsche Großstadt mit 40 Studenten dastehen, dann ist das berechtigt. Aber trotzdem heute Tag der Freude. Es ist super, dass diese neuen Einrichtungen da sind und ich wünsche der Veranstaltung einen wunderbaren Fortgang. Dankeschön.